Guck mal, was hat der alles gebracht hier? So viel! So viel hier! Gib den Katzen mal! Molle, wer will? Gib mal Adlo! Molle, komm her! Molle! Komm her! Fein! Gib den mal hier! Es gibt noch genug, jetzt ist Molle dran! Gib den mal das hin hier! Molle, komm her! Komm her! Weil heute Ostern ist, dürft ihr mal so essen! Weil Ostern ist... Heute ist ja ein ganz besonderer Tag! Da dürft ihr alle davon so essen! Ohne Nack, ohne Hand, einfach so essen! Das sind ja nur Leckerlis! Molle, komm her! Das heißt ja nichts mit Nassfutter! Molle, hier! Aber das müssen wir ihnen, glaube ich, schon nach reinfüllen! Nee, das musst du ihnen so aus den Dings geben! Mach mal auf! Ich bin gespannt, wie die aussieht! Oder ob sie die mögen! Oh, feini, feini, feini! Und da ist kein Zucker drin! Nee, da ist kein Zucker drin! Die haben die von Vita-Kraft gekauft! Da ist ein Herz bei! Ja, mach mal auf! Das heißt, sie mögen Katzen und tun ihnen auch nicht wem! Das stimmt! Weil heute mal Ostern ist, ne? Weil heute mal Ostern ist! Ja! Wer will? Guck mal! Klauschi! Klauschi! Ich weiß nicht, ob die schon richtig auf ist! Ja, die ist doch! Hier! Die kleckert! Die kleckert schon! Ich glaube, das musst du ins In-Napf reinmachen! Das ist sonst nichts! Das ist uns leckern sie da! Na, feini, ne? Hallo! Komm her, komm! So, ihr Räubers! Habt auch euer Ostern jetzt! Na? Ja, fein! du dich, du dich, dass es in den dritten Ausglen ist. Das kann jetzt ein bisschen tun! Dich. Du dich! Da auch schon noch nicht! Wie. Du dich. Du hast schnitzig! Du bist. Du bist.